Was macht eigentlich eine Freiwilligenagentur? Freiwilliges Engagement hat in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung. Viele Menschen setzen sich für Themen ein, die ihnen wichtig sind, gestalten ihre Nachbarschaft, helfen anderen, die Hilfe brauchen. Sie investieren Zeit und Energie, ohne Geld dafür zu bekommen, weil ihnen die Dinge, die sie tun, wichtig sind. Dieses Engagement zu fördern, ist die wichtigste Aufgabe einer Freiwilligenagentur. Sie hat Kontakt zu vielen engagierten Menschen und arbeitet mit Partnern aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Die Freiwilligenagentur informiert auf ihrer Homepage regelmäßig über diese Veranstaltungen und Aktionen, über aktuelle Diskussionen zum Thema Engagement, über Rahmenbedingungen und mögliche Einsatzfelder. Viele Interessierte finden bereits hier alle Informationen, die ihnen den Weg zum Engagement erleichtern. Davon profitiert auch Leon. Er macht gerade eine Ausbildung zum Bankkaufmann, hat aber meist am Wochenende noch Zeit, die er sinnvoll verbringen möchte. Von einer Kollegin hat er den Tipp bekommen, mal in der Freiwilligenagentur vorbeizuschauen. Dem Team der Freiwilligenagentur ist es wichtig, dass alle, die es wollen, ein Tätigkeitsfeld finden, das zu ihnen passt. Michaela, eine der ehrenamtlichen Engagementberaterinnen, nimmt sich deshalb viel Zeit für ein persönliches Gespräch. Sie fragt Leon nach seinen Interessen, Talenten und Ideen. Er erzählt, dass er viel Musik hört, gerne Konzerte besucht und schnell mit Menschen in Kontakt kommt. Michaela empfiehlt ihm deshalb ein Kulturzentrum, das Unterstützung für das Veranstaltungsteam sucht. Leon kann hier gemeinsam mit anderen Film- und Musikabende organisieren und an der Abendkasse aushelfen. Auch Marta ist froh, dass es die Freiwilligenagentur gibt. Sie baut gerade eine Online-Plattform auf, um Menschen für mehr Umweltschutz zu gewinnen. Das Team der Freiwilligenagentur vermittelt ihr Kooperationspartner und weiß, wie solche Projekte gefördert werden können. In einer Freiwilligenagentur arbeiten Freiwillig- und beruflich Tätige eng zusammen. Sie sind mit vielen Menschen in Organisationen und Vereinen, in Politik und Verwaltung gut vernetzt. Sie entwickeln Ideen, wie Engagement helfen kann, Probleme in der Gesellschaft zu lösen. Daraus entstehen Engagementprojekte für verschiedene Zielgruppen und neue Veranstaltungsformate. Und weil das nur gemeinsam klappt, arbeitet die Freiwilligenagentur mit fast allen zusammen, denen freiwilliges Engagement wichtig ist. Du willst dich freiwillig engagieren oder suchst Unterstützung für eigene Ideen? Dann nimm Kontakt zur Freiwilligenagentur in deiner Stadt oder deinem Landkreis auf. Manchmal ist es auch ein Ehrenamtsbüro oder eine Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement. Unter www.backfahr.de sind viele von ihnen aufgelistet. Deine Freiwilligenagentur freut sich auf dich. Deine Freiwilligenagentur freut sich auf dich.